Die Gallery Fashion ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Segmenten, Avantgardisten, designorientierten Kollektionen, Accessoires, Hüte, Schuhe und ganz speziell das Showroom-Konzept für die Agenten, die bis zu zehn Tage bei uns bleiben können. Wir sind hier im Ariel Böhler, eine ganz stylische Industriekulisse, wo wir glauben, dass wir die Klamotte gut inszenieren können und sie ist im Düsseldorf-Style wunderbar hergerichtet worden. Der Besucher hat hier die Möglichkeit, ganz in Ruhe Business zu absolvieren, Order zu schreiben, die Möglichkeit, mit unserem Gallery Fashion Express Shuttle von A nach B gebracht zu werden, in einer schönen Location viele Stunden zu verbringen, Nachbarschaften zu sehen und neu kuratierte Brands zu entdecken. Die Gallery Shoes bildet alles ab, was die Branche zeigt. Wir bieten Komfortschuhe, Kid-Zone, eine Premium-Zone für das High-End-Fashion-Produkt, eine Contemporary für den kommerziellen Bereich, also ich denke, alles, was die Schuhbranche zu bieten hat. Die GEDO Company und das ganze Team haben es geschafft, ein Vier-Termine-Konzept über das ganze Jahr zu entwickeln. Wir haben eine Win-Win-Win-Situation für Fashion und Schuhe geschaffen, dass wir über das ganze Jahr in einer so schönen Location uns zeigen und der Branche eben auch entsprechend eine Heimat bieten. Vier-Termine-Konzept Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020